Hallo, Servus bei Monaco.de. Schön, dass ihr da rausgeklickt habt. Ich bin in Regensburg bei der Miss Regensburg Wahl 2018. Ich sitze in der Jury und wir entscheiden jetzt, wer die Miss von Regensburg wird, die uns dann für ganz Deutschland vertritt. Don't, don't, don't stop, don't, don't stop, don't stop on the road, like you, you can't stop, you, you. So gleich geht's los. Hier spielt die Musik da. Der Miss Regensburg 2018 und das ist genau ein Jahr lang her. Schaut super aus. Passt auch, würde ich sagen. Schöne Frauen, schöne Autos, schöne Gäste. Ich würde sagen, legen wir los. Ich wünsche einen guten Abend und guten Tag. Danke. Das ist der Herr von Siva Rüttemberg. Wir teilen die Geschichte zu unserem nächsten Jurore. Ich habe Anfang dieser Woche zu Hause gesessen und habe überlegt, was hatte ich eigentlich letztes Jahr für einen Anzug an? Und dann habe ich mir googelt und habe eingegeben, Miss Regensburg 2017. Und das erste, was da kommt, ist sein Video. Das erste, was da kommt, ist sein Video, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und da konnte ich natürlich sehen, aha, ich war in blau, alles klar. Super, dann nimmst du heute mal den blauen mit. Also ohne diesen Menschen hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar heute den gleichen Anzug getragen. Und das ist ja ein ganz großer Vorbar, zum Beispiel in Hollywood, dass man das zweimal hintereinander nicht tun soll. Deswegen sage ich Dankeschön, lieber Markus Mentsch, für deinen Blog und YouTuber. Ihr Applaus, auch er wird heute wieder einen Film machen. Markus Mentsch! Musik Vielen Dank. Psycho, Psycho, Life is a Psycho We are learning, always turning Later, cannot stop the time We are always merging Into planes that better suit us As we ride, switch it up Switch into gear, let's go As we climb up the hill, don't slow down Pedal a little more The mind is working, it's in control Your wheels are turning a little more Going higher and up the notch Keep it steady, don't watch the clock Go round, round Psycho, Psycho, Life is a Psycho Psycho, Psycho, Psycho Life is a Psycho Psycho, Psycho, Life is a Psycho Psycho, Psycho, Life is a Psycho Psycho, Psycho, Psycho Life is a Psycho, Psycho Wir gratulieren der Jüngsten im Feld Das war die Miss Regensburg-Wahl 2018, die Favoritin hat gewonnen. Ich bin begeistert, ich hoffe auch eure Favoritin hat gewonnen. Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, denn das Support ist kein Mord. Unser Opa, wie einem Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco und Olymp.